BR 2018 Ist für mich, ist für mich. Emma hat recht, es ist für sie, ist für sie. Du bist ein Teddy, schönes Kostüm. Danke, ganz besonders. Du bist ein Regenbogen? Eine tanzende Regenbogen-Prinzessin. Für unsere Süßes oder Saures-Tour. Was oder wie? Süßes oder Saures ist ein lustiger Teil von Halloween. Wir gehen zusammen mit einem Freund von Tür zu Tür und drücken dann bei allen auf die Klingel. Und wenn die Tür auf geht, sagen wir Süßes oder Saures. Zuerst sagen uns die Erwachsenen, wie toll wir in unseren Kostümen aussehen. Dann werfen sie Süßes in unsere Taschen. Wow. Lass uns gehen, Carla. Ich will dieses Jahr ganz viel Süßes haben. Wenn wir zurück sind, teilen wir die Süßigkeit mit euch. Denkst du vielleicht auch, was ich denke? Ich will ein Kostüm. Wir spielen Süßes oder Saures. Kostüm und dann Süßes oder Saures. Tolle Idee. Hey. Teddy, ich möchte Süßes oder Saures spielen. Mit meiner Freundin. Und wir brauchen auf jeden Fall Kostüme. Diesen Wunsch erfülle ich euch nur zu gern. Los geht's. Du wirst sehen. An jedem Tag können Wunder geschehen. Los, komm. Lass uns spielen. Nun wird es geschehen. Okay, der Plan ist, wir sammeln Tonnen von Süßigkeiten. Wie viel sind Tonnen? Tonnen heißt sehr viel. Los, drück die erste Türklingel. Oh, ganz vergessen. Bäume haben ja gar keine Klingel. Sicher haben sie eine. Ganz nächsten Mal. Super! Süßes oder Saures? Danke! Danke, Herr Eulne. Oh. Süßes oder Saures? Danke. Süßes oder Saures. Wow! Also, Emma, haben Eva und du beim Süßigkeiten-Sammeln viel Spaß? Oh ja, wir sammeln ganz viel Süßes. Stimmt's, Eva? Oh nein! Wo ist meine Freundin? Wir müssen sie finden. Hand- und auch Knieabdrücke. Los, folgen wir ihnen. Hier hören sie auf. Also muss sie in das Kürbisfeld gekrabbelt sein. Aber wie finden wir sie in den Kürbissen, wenn sie aussieht wie ein Kürbis? Ganz einfach. Du fliegst über das Kürbisfeld und schaust, ob sich etwas bewegt. Kürbisse bewegen sich nicht, Teddy. Oh, aber Eva schon. So werde ich sie erkennen. Flieg los! Wenn Mondlicht deine Nacht erhellt, kann das nur eine sein. Süßes und saures Naschereien. Vergiss nicht, deinen besten Freund mitzubringen, wenn du um die Häuser ziehst. Zwei sind besser als einer. Zusammen macht es mehr Spaß. Unterwegs an Halloween. Bleibt stets zusammen, wenn ihr unterwegs seid. Bleibt stets zusammen, wenn ihr unterwegs seid. Bleibt stets zusammen, in der Süßes und Saures Zeit. Seid immer ein guter Freund. Guck, da ist ein Kürbis, der sich bewegt. Das ist sicher Kürbis Eva. Hi, Emma. Ich habe Süßes oder Saures zu allen Kürbissen gesagt. Aber sie haben nichts Süßes. Ist das vielleicht der Sauresteil? Tut mir leid, dass ich dich aus den Augen verloren habe. Eine Süßes- oder Saures-Freundin ist viel wichtiger als jede Süßigkeit. Stimmt. Danke, Emma. Aber ich hätte gern mehr Süßes gesammelt. Du meinst wie die... Juhu! Sind zurück mit jeder Menge Süßen und wirklich müden Klingelfingern. Ich habe versprochen, alles mit euch zu teilen. Nehmt euch, was immer ihr wollt. Ich bin vielleicht satt. Vielleicht nächstes Jahr. Ja. Ja. Ja.